ich hab noch ein paar andere Wörter Achtung Achtung wir sind auf du kannst alles sehen wir sind in der Aufnahme und hier setze ich schon mal den ersten Cut dann ok ja erstmal moin und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir liebe Leute ja ich wir haben wir sind gerade auf TS und hatten eine richtig lustige Idee ich hoffe sie gefällt euch dann legen wir mal los ich sag denn wenn es los geht viel für euch Jungs dabei ist ein Gamedev und Finn P 07 P 07 ich muss mal kurz die Gitarre einstellen tut mir leid Finn ja ich bin bereit ich mach einfach alles was dir zu dem Thema einfällt was wir ja haben ne ok leider es kann los gehen Leute euer Einsatz ich bin 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 Wir arbeiten, wir arbeiten für die Schi-Schui-Schis. Jeder kennt sie, denn sie sind so wichtig. Für die Schi-Schui-Schis. Für die Schi-Schui-Schis. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Für die Schi-Schui-Schis. Ich mag sie, jeder denkt an sie alle Sekunden. Für die Schi-Schui-Schis. Sie passt selber auf, sie nimmt das Gute. Für die Schi-Schui-Schis. Für die Schi-Schui-Schis. Für die Schi-Schui-Schis. Für die Schi-Schui-Schis. Jeder kennt sie, für die Schi-Schui-Schis. fahrraderlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gesang 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 Jera liebte ... Pidyshi suuishi Pidyshi suiiishiii Pidyshi suuiishi Jera ternzi Jera liebte Pidyshi suuiishi Ja, jeder mag sie, denn sie passen auf, Pidichi, Schuichi, Pidichi, Schuichi. Ja, okay, Leute. Das war bestimmt wunderschön. Wenn du gar nicht so gehörst, du fährst, du ladest nicht als du sprichst, überraschst. Wer bist du da? Ja, stimmt.